So, das sieht ready aus, sehr schön. So, eigentlich auch komplett neu für mich, so ganz fun Maps. Heute haben wir das immer mit Freunden gespielt. Ich muss erstmal wieder nicht da in den Ruck rein, lass mich da! Ich hab' keine Ahnung, wie ich euch getroffen habe, aber ich nehm' das hin. Oh no, jemand hat Würfel des befreit, ey, da hat er gerade so'n Shieldbreaker gehabt. Ach, diese Dinge treffen einen und fügen ja noch Schaden zu. Oh no, 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 ich lebe noch. Ich bin da oben gelandet. Oh, die Map geht ja noch, also die ist halt nicht so chaotisch. Oh Gott, oh Gott. Das ist ein Männchen. Oh shit. Mich hat ein Männchen geduldet. Wittes dabei zuzusehen. Okay, das war lustig. Das ist so. Ich bin da oben. Wie ist das? Hey Cardi, na? Willkommen zurück. Ich kann auch deine Tweets teilen, hab nur Follower. Sehr schön. Okay, mit Random Maps finde ich schon ein bisschen lustiger, muss ich gestehen, weil so ist das nicht immer so ganz komisch auf Battlefield oder Final Destination. Das bringt ein bisschen Abwechslung rein. Ich glaube, ich warte mal so drei Sekunden, falls jemand Charakter wechseln mag. Außerdem sieht man so die ganzen tollen Maps. Oh, die ist auch witzig. Die ist relativ düster, ne? Oh, leck. Oh, ich hasse Ganendor. Oh, falsche Richtung geputches. Oh, oh. Dreht sich um. Steh mal auf dem Kopf, aber das ist in Ordnung. Müsste richtig auf dem Kopf stehen, ne? Oh, shit. Oh, nein. ja nur ich ziehe mich kurz nicht adapt das das war nicht aber das war sehr nett von der person die mir alle zu war das war das war das war das war das war ja gut haben jetzt alle noch ein nehmen ja das was gewirkt No, 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 ah, ich bin da unten, shit, shit Bye, view haha Jetzt nicht mehr No, als ob er mich noch trifft Ich habe tatsächlich gerade mit Hollow Knight von vorne angefangen, nachdem ich vor vier Jahren 50 Stunden angezeigt habe Sehr schön, ich wünsche dir viel Spaß mit Hollow Knight Ich kann es nur empfehlen, das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß Ich liebe das Spiel und freue mich schon auf den zweiten Teil Gigi, wie wird das? Unverdient, unverdient Haha, view is so So, eins, zwei, drei, zu spät Wobei man kann ja auch da eigentlich einfach nur rausgehen Eigentlich kann ich einfach starten und wenn jemand nicht bereit ist, dann hätte er B gedrückt und dann passt das Ach, die Sonic Stage, die ist ganz nett Aber auch immer gut, dass wir das bei mir startet Oh Mann, ich will Ja, das bist du selbst schuld Warum kommst du denn auch zu drei anderen Leuten, die sich miteinander prügeln? Ich habe jetzt alle Ich habe jetzt alle Ach, die sind alle Ach so Ach so Nekali ah der hätte fast Rippe das gekriegt nur schalte warum hab ich dich nicht gekriegt nur ich lebe noch alles gut alles gut oh nein ah der hat mich gekriegt verdammt oh nein hey komm wieder her ich muss ja auch mal ein paar leben verlieren du hast ja noch drei gehabt ich bin schon fast tot aber das ist ohne unternehmen verdammt verdammt das hat nur noch videos bei leben ne also würde ich auch aber das ja nicht schlimm dass raus ich hab da haben so viel auf dich eingeprüge jetzt kann ich man ja so langsam aber sicher eine erste bitte hat die meisten schaden ich kann gerade nicht gucken auf jeden fall dankeschön dankeschön für ich kann nicht gucken ich bin gerade so gut am gewinnen ich gebe mir gleich echt mühe nachzuschauen ich gewinne kurz das geht schnell so geht doch so no view view schauen wir nach was da los war nein 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 ich mach dich no no verdammt du hast noch ein Leben auch doch nein doch du bist voll voll ja doch das krieg ich hin warte 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 so was war dass ich noch nicht gebannt wurde wird mir aber wieder nicht angezeigt auf dem dings auf jeden fall hey enzeman na wie geht es dir schön dass du da bist jetzt habe ich aber nicht mitbekommen also mir wird es auch gar nicht nachträglich angezeigt das ist irgendwie nicht so gut ich guck mal ob ich einmal kurz dashboard hier aktualisieren kann ach so enzeman hat ein follow da gelassen okay ich danke dir auf jeden fall für dein follow und freut mich dass du hergefunden hast wenn du lust auf smashers freundescode ist bei mir auf dem discord server ich musste da letztens auch schon einmal aufräumen auch für freundesliste weil ich einfach nicht mehr weiß wer da noch mitspielt und mit wem und klar da habe ich dann immer mit discord server einen guten über eine gute übersicht ich mache warum bist du nicht mehr so schlecht wahrscheinlich hat ich habe einfach rennen konnte reingehauen nur das ist die neue also die strecke von hero online also habe ich mich da hochgebootst hätte aber das passt so passt so alles gut nach wo ich werde fast wieder zu übertesten sind es mehr nur ich habe keinen absolut passt alles gut oder noch zwei leben werden hier drei niemand mehr hatte ja zu lange überlebt kreis nein ich dachte ich kriege ihn noch immer schwer nur ich bin tot ich bin der erste denn noch ein leben hat alle kann sich sogar diesmal retten nur zu früh gekontert ich hätte ich habe fast übersehen und 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 das ist ein von den anderen noch langsamer aus ja ja zack zack oh wie ist schon raus er hat noch ein leben oh das könnte nur nur ich bin raus verdammt ich schleim ihn aber es geht schön dass du hier bist gg harley schleim jetzt vierer runden also spiel mit wem du lustig bist wir machen jetzt so das ist jetzt richtig casual smash wir haben jetzt so vierer runden drin habe ich jetzt der beste oder der schlechteste geht raus und mit casual maps also von daher spiel worauf du lustig das ist mal gut finde ich okay sehr schön ja finde ich auch angenehmer das erinnert mich so wie damals an den schönen smash runden freunden halle ist runtergefallen und wippe das hat sich einfach schleimig geschnitten aufgrund gesprungen und ich stand da einfach als einziger das war nice ich glaube für dieses opfer greife ich wippe das erst mal nicht an er hat ja schon schleimiges hate warum er doch schleimig einfach random in den abgrund gezogen oh shit ja finde ich No! ich habe wieder nur gewöhnlich dachte ich hätte wie wir kaum nicht jetzt halbittes muss einmal kurz hd verhauen kurz über ein ja wie gesagt hd verhauen oder das reicht einfach nicht gut wo es kann den rücken geschlagen ist mir leicht verlegt ach so stimmt ja hd ist ja wie wird es hat sich ja brav geopfert da spielt sie einfach auf mich drauf nun 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 damit habe ich auch nicht berechnet da komm herr komm runter genau gut dass man wieder hier nur verdammt ich dachte sie schlägt mich geht doch gg wie lange habe ich gelebt eine minute ich wurde komplett gemoffen ich muss sagen das war glaube ich so mein mein highlight das bitte ist einfach schleinigen red den abgrund nimmt und sich dafür opfert ich wollte das eigentlich wechseln das urna raus geht ne das gleich nochmal genau wird bitte sie können ja schnapp dir schleim wie so oft du lustig bist ach so stimmt das ist gerade rausgerutscht oh no die schrecke die könnte anstrengen ja 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 ohne alle fälle das bewegt sich oh gott da komme ich dann da drauf komme ich bin da drauf gut wo ich nehme ich neu gut mit joshin da zu halle ist gehe ich nicht hin dass man zu riskier genau deshalb nur was geht runter kann ich denn ich will einfach nur runter und darunter runter okay was wo ich glaube harley kommt glaube ich mit der bewegung dann strecke hier nicht klar ich habe schleimig gegessen ich habe mich gerettet vom sinkenden schiff oh no 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 kann ich nicht noch zwei das geschlafen wie du hier einfach mit dem ei über die ganze map gewollt also schön jetzt kann ich dich in frieden brutto was dann soll er füllt nichts ich will dich auch verdammeln kann ich da irgendwie durch es funktioniert ok da wird jetzt bist du weg einfach runter genau das passt zack, er steht weg oh gg schlammi einfach unter dem da hat das schiff ihn getötet ich hoffe der zählt er ist mein kill gut passt easy hey Nenona was geht Geld kriege ich dann dafür später von dem Mati was ne gibbeln nicht hundert hundert äh sieben äh siebenhundertfünfzig äh ne 720 pp kannst du glaub ich unterschalten oder sowas ne wobei Basti hat das auch manchmal dass man einfach ähm nicht umschalten kann ne ok ok wer wird das wechselt grad noch den charakter gut dann machen wir schon mal Katze ist gut welche Katze achso hier in Cinaraw das weiß ich nicht ich mag die aber auch nicht oh die Map nur oh Gott das war knapp Oh Gott das war knapp tatsächlich ich muss jetzt mal klar kommen okay so jetzt bin ich wieder zufrieden sagt jetzt bist du auch noch nun konnte nur ich bin schon wieder ich fall da immer durch diesen scheiß boden und wippelte ist weggeschlagen und dann eine oder eine gute kombo nicht auf das fahrzeug radio regelt das Ich bin voll reingerollt, aber ich bin der Letzte, der ein zweiter Leben verloren hat, von daher. Oh, no, no, no. Oh, no. Oh, no. Oh, halle, gemein. Oh, halle, gemein. Eiskalt in Cinaro, ach, Garfield, achso, welche Katze meinst du dann? Gut, Arschbombe von Yoshi-Regel. Und Gigi-Wiu. Oh, der hat jetzt jeder mal gewonnen, ne? Außer Schleimi. Tja, Schleimi, da musst du halt ein bisschen Smash üben, ne? Nein, sorry. Die alle Schleimi-Mobbte. Das mit Vipetus und Ganondorf, das war nicht meine Sache. Hey Pikachu, schön, dass du wieder einschaltest. Ist Vipetus wieder dabei? Ja, ne. Ach schade. Ja gut, diesmal Schleimi dann wohl ne Chance. Ohohoho. Ohoho. 3, 2, 1, GO! Ohohoho. Konterregelt. Ohohoho. 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 No, 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 no. Ich muss mal gucken, wo ich bin hier. Ohh, verdammt, verdammt. Ohohohoh. Und jetzt Valve sammeln zupassen. Die Paket dachte. Was habt ihr denn da gemacht? Oh sehr schön. Ich will nicht die Rollen aufzurollen. No. Halle. Oh no, 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 no. Gut. Ich bin mir so netterweise entgegen. Oh, 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 oh. Ah, ich lebe noch. Ich lebe noch. Das ist ein Knopf. No. Ich will nicht wieder von Harley verhauen werden. Oh, Double-Konter. Aber nur Schleim. Schade. Oh, oh. Und neu ist mir die Autos. Okay, wir haben noch zwei Leben. Harley hat noch zwei Leben. dann müssen wir schnell ändern hier geändert videos auch gleich kaputt hier und eine komische rolle attacke komm herrlich wo kommt bei der her boots nun 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 nur er nicht da reinrollen mache ich da egal ich bin unbesiegbar schade so viel zum thema unbesiegbar ist eben noch etwas fern gesehen sehr schön gg harley aber lange hier dass bei dir aus so bei dir das auch okay dann sieht das bei allen so aus was heimlich geübt ganz ganz heimlich ich glaube ich möchte einfach nur nicht mal mit wippete spielen wo es wippete schon hin bye vio aber schön dass ihr da alle runter verfallt ohne zu früh gekonnt hat nur ich auf alle zu essen hier nicht nicht so ja 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 man hört auf den endorf hier übergeben verdammt er ist schon down nur leck, ok passt wieder oh, 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 oh ich war das steh auf, Ali gut oh, no, no, das Koko, ich glaube das Koko ist, ich glaube das kann einen richtig in den Abgrund mitreißen mein TV ist ausgegangen oh, das ist natürlich gemein ich finde nur noch Items, ne, oh, auf Items finde ich zu kaum betrisch, ey, muss ich sagen also witzig aber Items finde ich schon, äh ich werde mich nie mit Items anfreunden können wir wollen noch einen Tuko, als wenn wir das dann später haben jo guck mal, jetzt mal wieder ein Match, ne, du kannst zugucken aber kannst du unter deinen Charakter wechseln, ne ja bozer, ha also es ist Schlimi und Vivid ist in einem Match, also es könnte interessant werden ah, die Breath ist so wild, ne no, 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 no oh, oh, oh oh Boots, Konter erwischt oh, 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 oh Oh, 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 oh. Na, ich wollte, oh, ich wollte Konten. Ach, diese blöde Plattform, ey. Beischleimig. Beischleimig hat auch noch einnehmen. Ach, steh, steh, schleimig. Ach, verdammt, verdammt. Oh, der war schön, der war schön, der war schön. Gut, okay. Jetzt war ich aber verwirrt. Das ging jetzt doch einfach als gedacht. All right, GG. Jetzt haben wir zwei Bowser. Ja, ich wollte in mein Bowserchen auch noch spielen. Ja, mach das. Ach, scheiße, ich hab die Tore ab. Hehehe. Beeil dich. Ja. Oh, das ist ein Wund. Hehehe. 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 oh no 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 oh verdammt hat mich noch Yos Di Capo erwischt ey ja von von einem bau sein und verdammt also dusch nicht vergessen als wir diesen blöden hund drauf und dann gibt es retten wir gerade glaube ich in den krallen von slimy putz das wird es hat noch ein leben wir haben alle noch ein leben gehabt oh no ey komm runter bau da no oh oh Nein, der Smash hat mich erwischt. Oh, verdammt. Ja, mal gucken, es sieht eigentlich. Oh, das sieht gemein aus. Ich glaube, das konnte ich schleimig reißen. Ja. Ja, GG. Ja, Ziel für heute nicht erreicht, ich wollte nicht haben, das schleimig gewinnt. Ich glaube, ich war der, nee, gar nicht wahr, Virus geht jetzt raus. Er war schon so lange weg, ich wusste gar nicht mehr, dass du noch mitgespielt hast. Okay, zwei Matches kriegen wir noch hin. Die Map ist so furchtbar, ist grausam. Dann wirst du gleich noch sehen. Ja, und das ist noch nicht einmal das Schlimme auf der Map. Oh, die ist so grauenhaft. Und auch Kamek, ist nicht so schlimm. Das ist das Schlimme. Ja. Er zählt als Charakter, kann man kaputthauen. Aber der kann auch einfach richtig asozial sein. Ah, der ist kaputt. Okay. Normalerweise greift er sich ein Spieler und tötet den einfach. Der fliegt dann einfach nach oben und dann ist er tot. In den meisten Fällen. Bye Bowser. Ah, geht sehr gut. Obwohl, das sah jetzt noch nicht noch sehr gut aus. No, 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 no. nicht mit mir nein da ist dieser blöde block im weg da wird es auch erwischt das war deine total ist irgendwie nur feuer weg 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 na ich wollte kontern ich wusste dass er stampft aber irgendwie war ich zu lange aber ich habe noch ein leben ja mom sie ist gefühlt dauerhaft da und will mich gerade echt verhauen da denke ich mal dran oh gott ich habe glücklich ein glück gg schleimig gg war easy hat es keine chance gg war auf der plattform sehr schön karen was wo es heißt hier noch mehr karen ich bin harry und keine karen das stimmt ich wollte gerade auch mal kurz gehen nein versteck mich einfach nur ein bisschen kleiner eben ich habe mich schon nur anim Ach verdammt Johnny überlebt Oh diese ganzen Statuen, oi 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 oi, Chaos pur Nein, also schleimig mit Harley auf mit drauf spielen Boah wie gemein, wie gemein, du mit Harley Boom, beide getroffen, aber nur Slimey rausgekriegt, schade Konterregeln sag ich doch Oh no 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 Oh scheiße Ja ja, durchschlagen Durchschlagen No 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 Oh verdammt 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 Oh verdammt verdammt Oh verdammt, oh no, ich bin raus Drei Minuten ist noch Wird easy Wipptest du schon raus? Oh, bin schon raus Achso, ja dann machen wir noch glaube ich einfach Es wäre ja nur noch eine Runde gewesen Ich wusste nicht, dass es so schnell geht Ich dachte fünf Minuten oder so Ich hatte gedacht, das wird jetzt länger dauern Eine Runde, aber drei Minuten ging das je Und deswegen dachte ich, gut Machen wir nochmal eine Runde Oh no 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 Schleim ich hätte dich einfach zurücklassen sollen und sterben Wollte nicht rausgekommen Hat ja nicht geklappt Oh no Oh Halli ist auch gestorben Haha Juhu Ah doch, schade Man kann sagen, kommst du nicht vorbei Oh, als ob, als ob, als ob So Ja, die kommen her Ja Nein, zur mir Ja Komm mal Oh Halli 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 Ja, ist nicht schlimm, als gut. So, was haben wir hier? Also, wie einfach Martin Schleim und Fühne. Ja, die Map hat sich ja ganz gut dafür geeignet, ne? Dass man einfach sich so gegenseitig prügelt. Jetzt hat, glaube ich, Vio noch ganz gute Chancen. Charakter ist... Glaube ich, ja. So, jetzt so ein Stündchen Animal Crossing rein. Hat aber Spaß gemacht, finde ich. Aber war lustig.